In diesem Video erklären wir dir alles, was du zum Aufbau und der Funktion der Chloroplasten wissen musst. Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App! Chloroplasten sind wichtige Zellorganellen in den Pflanzenzellen. In Tierzellen und prokaryotischen Zellen sind sie nicht enthalten. Ein Chloroplast gehört zu den sogenannten Plastiden. Damit werden die Zellorganellen bezeichnet, die durch eine Endosymbiose, also eine Aufnahme und eine Versorgung von lebenden Zellen durch eine Mutterzelle, hervorgegangen sind. Deshalb besitzen Plastiden auch eine sogenannte Doppelmembran und eine eigene DNA. In der Pflanzenzelle können ein oder mehrere Chloroplasten vorkommen. Ihr grundsätzlicher Aufbau ist dabei jedoch relativ gleich und sie haben immer in etwa eine Größe von 4 bis 8 Mikrometern. Die Funktion eines Chloroplasten ist das Betreiben der Photosynthese. Durch sie kann die Pflanze aus Wasser und Kohlenstoffdioxid unter Lichteinwirkung Sauerstoff und Glucose herstellen. Sehr gut! Schauen wir uns den Aufbau der Chloroplasten doch mal im Detail an. Grundsätzlich ist ein Chloroplast wie auch schon die Mitochondrien oder der Zellkern von einer Doppelmembran umgeben. Diese doppelte Membran kannst du auch durch die sogenannte Endosymbionten-Theorie erklären. Nach dieser Theorie sind Eukaryoten aus einer Endosymbiose mit prokaryotischen Organismen entstanden. Diese Organismen waren die Vorläufer der Mitochondrien und der Plastiden. Sie besitzen neben der Doppelmembran noch eine eigene DNA und Ribosomen. Deshalb sind diese auch in den endgültigen Mitochondrien und Plastiden enthalten. Wenn du die Doppelmembran genauer betrachtest, kannst du sie in eine äußere und eine innere Membran und den sogenannten Intermembranraum einteilen. Dieser enthält Enzyme, die Adenosintrifosphat, also den Energieträger aller lebenden Organismen, verarbeiten und umwandeln können. Die äußere Membran bietet dem Chloroplasten Schutz gegen Einflüsse von außen. Zudem trennt sie ihn vom Zytoplasma der Pflanzenzelle ab und ermöglicht, wie auch die innere Membran, die Auf- und Abnahme von Stoffen wie beispielsweise Wasser. Die innere Membran der Chloroplasten hat eine Besonderheit. Sie ist stark gefaltet und nach innen gestülpt. Die Einstülpungen werden auch als Thylakoide bezeichnet. Diese enthalten in ihrem Inneren das Chlorophyll für die Photosynthese. Chlorophyll ist ein natürlicher Farbstoff, der während der Photosynthese Licht absorbieren und Energie weiterleiten kann. Durch das natürliche Grün des Chlorophylls erhalten die Pflanzen auch ihre typische Farbe. Die Membran an den Thylakoiden wird Thylakoidmembran genannt. An ihr findet die Photosynthese letztlich statt. Mehrere Thylakoide bilden Stapel, die sogenannten Grana. Weiter geht's mit der sogenannten Stroma. Diese ist die flüssige Grundsubstanz innerhalb des Chloroplasten. Sie ähnelt dem Zytosol der gesamten Zelle und dient unter anderem auch zum Molekültransport. Im Stroma liegen einzelne Thylakoide, die sogenannten Stromatylakoide, Ribosomen, DNA und Stärkekörper. In letzteren kann der in der Photosynthese entstandene Zucker als Stärke gespeichert werden. Weiterhin enthält das Stroma die sogenannten Plastoglobuli. Ein Plastoglobulus ist ein kleiner Fetttropfen, der als Speicher für Phospholipide und Proteine dient. Sehr schön! Wie bereits gesagt, enthalten die Chloroplasten außerdem eine eigene DNA. Diese kannst du auch grundsätzlich als Plastiden-DNA bezeichnen und mit CT-DNA oder CP-DNA abkürzen. Sie hat, wie auch schon die DNA der Mitochondrien, eine ringartige Form. Durch ihr eigenes Genom können sich die Chloroplasten unabhängig vom Zellzyklus selbstständig vermehren. Gut, schauen wir uns jetzt noch ihre Funktion genauer an. Der Chloroplast ist der wichtigste Bestandteil für das Ablaufen der Photosynthese. Diese kannst du dir als eine Reaktion vorstellen, bei der aus Wasser- und Kohlenstoffdioxid durch Lichtenergie, Sauerstoff und Glucose entstehen. Wie bereits erwähnt, findet die Photosynthese an der Thylakoid-Membran innerhalb der Graner statt. Das Chlorophyll nutzt das Sonnenlicht als Energie, um die Reaktion zu starten. Im Chloroplast wird dann die Lichtenergie in chemische Energie für die Reaktion umgewandelt. Aus den anorganischen Stoffen Wasser- und Kohlenstoffdioxid entstehen dann Sauerstoff als Nebenprodukt und die organische Glucose als Hauptprodukt. Reaktionstechnisch kannst du den Sauerstoff als eine Art Abfallprodukt ansehen, das die Pflanze über die Blätter an ihre Umgebung abgibt. Dieser Sauerstoff ist aber extrem wichtig für alle Tiere und dient auch als Lebensgrundlage für uns Menschen. Die Glucose dagegen ist für die Pflanzen durch seine hohe Energie überlebensnotwendig. Sie nutzen diese, um sich selbst zu ernähren. Diese Fähigkeit zur Selbsternährung kannst du auch als Autotrophie bezeichnen. Im Gegensatz zu den Autotrophenpflanzen stehen die Heterotrophentiere. Diese benötigen Nahrung von außen, um überleben zu können. Nun kennst du den Aufbau der Chloroplasten mit unter anderem ihrer Doppelmembran und ihrer eigenen DNA und kennst ihre bedeutende Rolle bei der Photosynthese. Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos komm auf studyflex.de und hol dir unsere App. Dann